Musik Navita, was ist das? Das Navita Schweiz GmbH ist das Familienunternehmen. Und ich möchte jetzt meine ganze Familie auf die Bühne bitten. Applaus Für alle, die ihn nicht kennen, das ist der Theo, das ist mein Labrador. Er ist elf und er ist ein ganz grosser Fan von Marianne. Und vor allem von ihrem Futter. Ihr seht es gerade, seit er die erste Büchse bekommen hat, hat er dann die Büchse bewachen. Schön sitzen. Ja, schön sitzen. Warte, warte, schön warten. Ja, ja, du musst nicht folgen. Ja, ja, genau. Wie meinst du, du musst nicht folgen? Haben wir vorhin nicht gerade etwas gelernt? Ja, ja. 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 Das war's für heute.